Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu This War of Mine. Gott sei Dank, meine Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Das Spiel speichert natürlich ab und hier kommt der gute Pavel nach Hause. Von der Nachtschicht praktisch. Bruno, es scheint so, als würde Bruno anfangen, sich ein wenig unwohl zu fühlen. Das fehlt mir jetzt auch noch, dass der krank wird. Hier unten pennt jemand, aber eventuell können wir noch ein zweites Bett bauen. Vielleicht sogar noch ein drittes Bett. Und du kannst dich mal bitte auf den Stuhl setzen. Weiß nicht, ob das was bringt. Eigentlich dürftest du ins Bett gehen, aber das Bett ist ja im Moment besetzt. Wir können noch ein zweites Bett bauen. Sehr gut, dann haben wir zwar überhaupt kein Holz mehr. Ah naja, so wie es aussieht, brauchen wir zumindest ein zweites Bett. Stellen wir hier unten direkt neben das erste Bett. Bei Pavel gucken wir mal, dass er jetzt schlafen geht. Der ist hungrig, leicht krank und müde. Ich frage mich, essen die selbst? Oder essen die nicht selbst? Weil so viel essen haben wir ja auch nicht. Genau zu sagen, genau eine Mahlzeit. Das ist ja nicht viel. Pavel, isst du die Mahlzeit, wenn ich dir das sage? Die anderen werden wahrscheinlich genauso hungrig sein. Mir geht das nicht so gut. Ich glaube, ich habe Schüttelfrost. Ja, das wäre natürlich total super, wenn ich jetzt auch noch immer noch hungrig bin. Oh Gott. Errungenschaft freigeschaltet. Schön, dass du mir da genau reinhaust ins Bild. Ich musste ein bisschen meine Aufnahmesoftware umstellen. Pavel darf jetzt hier unten schlafen gehen. Denn das Spiel startet immer wieder eine neue Aufnahme, sobald geladen wird und in einen anderen Screen reingeht. Das ist ein bisschen unglücklich. Wie geht es denn dem Bruno? Leicht krank, er holt sich. Leicht verletzt, er holt sich. Das ist der Pavel und im Bett liegt der Marco, oder? Das war der Marco. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall musste ich dann jetzt meine Aufnahmesoftware ein wenig umstellen. Aber ich denke, das geht dann auch so. Ja, müssen wir gucken, was wir in der zweiten Nacht machen. Die Leute werden natürlich jetzt immer hungriger. Also das ist Marco, der hier gerade am buddeln ist. Bruno liegt im Bett, weil er am pennen ist, genau. Und Pavel pennt auf, weil er von der Nachtschicht kam. Als nächstes pennt dann der Marco. Natürlich alles ungünstig, den ganzen Schutt wegzurollen mit den Händen. Das ist mies. Das ist echt mies. Schauen wir mal, was wir für Klamotten haben. Düngemittel, da weiß ich immer noch nicht genau, was wir damit machen sollen. Wo wir das anbauen sollen. Kräuter. Tja, damit könnten wir Zigaretten machen. Oder Heilmittel. Mehr oder weniger. Bestandteile, Teile. Sauberes Wasser, das ist natürlich gut. Wobei das auch die Frage ist, trinken wir das wieder selbst? Wie funktioniert das eigentlich mit unserem Wasser-Dingsbums-Spender hier oben? Den sollte man nachher mal checken. Sobald einer Zeit hat, mal was zu checken. Ja, läuft nicht wirklich super, habe ich das Gefühl. Hungrig, müde, krank, verletzt, hungrig. Immer noch hungrig, leicht, krank, müde. Das ist alles nicht so perfekt. Ich hätte vielleicht erst hier oben den Schutthaufen wegräumen sollen. Dann hätte er an den Schrank gehen können. Jetzt muss er nämlich hier noch einen zweiten Schutthaufen wegräumen. Tut mir leid, Marco. Mein Freund. Aber die Zeiten sind für uns alle hart. Immerhin haben wir noch plus 16 Grad draußen. Beziehungsweise auch hier drinnen. Aber ich vermute, dass es früher oder später, wenn wir überhaupt so lange überleben, es kälter wird. Dementsprechend sollten wir jetzt so sehen, dass wir irgendwie mal einen Ofen oder eine Feuerstelle bekommen. Nun ja. Hier ist auch noch was zum Durchsuchen. Hier ist noch Schutz. Hier ist noch ein Schrank. Ich hoffe ja mal, dass die hier von alleine aufstehen, oder? Naja, die werden ja wohl nicht durchpennen. Das kann ja nicht sein. Weil immerhin darf dann der Marco heute Nacht schlafen. Dann muss einer von den beiden... Der Pavel... Dann wird er plündern gehen. Bruno tut halt gar nichts. Doch, der steht wache. Natürlich. Schade, dass man aus dem Schutt nichts herausbekommt. Ich meine, da müsste ja auch genug drin sein, was man benötigen kann. Sauber, Marco. Gute Arbeit. Benötige etwas, um dieses Schloss zu öffnen. Total toll. Vermutlich Werkzeug. Dietrich. Dann guck mal hier nach. Da muss dann ja auch noch irgendwas drin sein. Sei leise. Die Jungs schlafen. Pssst. Schön. Was zu essen. Das nehmen wir. Materialien nehmen wir ja damit. Oh, und Holz. Sehr schön. Wir nehmen alles. Da ist auch noch Wasser bei. Perfekt. Dann öffnen wir noch mal diese Tür, bitte. Ich frage mich, ob wir später auch umziehen können. In Anführungsstrichen umziehen, wenn wir irgendwie ein anderes Haus leer geräumt haben von Bewohnern, sozusagen. Ich könnte etwas Ruhe vertragen. Ja, das kannst du jetzt noch eben machen. Schön, da ist auch noch Wasser drin. Und noch mehr Materialien. Dann nehmen wir auch wieder alles. Und Elektrozeug. Okay. Weiß ich jetzt noch nicht, was wir mit dem Elektrozeug machen. Was ist das denn, wenn man da draufklicken? Gleich ist eh schon 8 Uhr. Dann ist der Tag vorbei. Wie gesagt, Marco darf schlafen. Bruno macht Wache. Marco. Schlafen. Bruno. Wache stehen. Und Pavel. Wie immer. Nein, nein. Du darfst sogar im Bett schlafen. Da muss man gut drauf achten. Und wenn du so schläfst. Auf dem Stuhl, auf dem Boden. Oder auch, wenn er sich ins Bett legen darf. Also Marco darf ins Bett. Obwohl er ein geschickter Plünderer ist. Aber das kriege ich jetzt im Moment noch nicht hin. Jetzt war er den ganzen Tag wach. Jetzt muss er pennen. Pavel. Du gehst wieder plündern. Und Bruno steht Wache. Verlassen das Haus. Da waren wir ja schon. Supermarkt ist neu. Dieser Supermarkt befindet sich im Gebiet, das noch immer unter der Kontrolle des Militärs ist. Dennoch versuchen einige dort Vorräte zu plündern. Wir können damit rechnen, dort auf andere Plünderer zu treffen. Vermutlich ist es jedoch am besten, ihnen aus dem Weg zu gehen. Einiges Hören sind möglicherweise immer noch verschlossen. Eine Brechstange könnte nützlich sein. Ich denke, das kommt zu früh, wenn wir da hingehen. Bombardierte Schule. Diese Schule wurde mehrfach bombardiert. Die meisten Kinder, nein, oh Gott. Die meisten Keller sind leider eingestürzt. Aber Holz und andere Materialien können im Schutz gefunden werden. Es dürfte sich lohnen, eine Schaufel mitzunehmen. Die haben wir nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in das verlassene Haus. Denn da hat man ja noch einiges, was wir noch nicht durchsucht hatten. Mitnehmen tun wir nichts. Ich würde eine Waffe mitnehmen, aber wir haben ja nur Waffenteile. Die bringt ja nichts. Sollen wir eine kaputte Pistole auf jemanden werfen, der uns angreift mit einem Messer oder was? Ne. Wir sind ja hier nicht bei die nackte Kanone. Die Tür war, glaube ich, zu, oder? Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Naja, egal. Gehen wir durch den Keller. Ob man das schon durchsucht? Zeigt er mir wieder die gleichen Orte an, die wir schon durchsucht hatten? Ja, dann nehmen wir alles mit. Holz können wir auf jeden Fall gebrauchen. Um im Fall zweifelsfall noch ein drittes Bett zu bauen. Wieder Töne hier oben, aber ich denke, das ist wieder die Ratte. Ich meine, um Ofen zu bauen. Oder noch ein drittes Bett, das brauchen wir nicht. Da kommen wir erstmal klar mit. Ich nehme das mit. Und das, das können wir nämlich stacken. Elektro-Teile können wir jetzt nicht stacken. Das Holz können wir dort noch einmal stacken. Dann haben wir noch einen Platz frei. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sich die Orte immer wieder aufladen. Über Nacht kann das sein. Also ich war der Meinung, das hätten wir schon durchsucht. Halt, erst gehen wir zum Kühlschrank. Vielleicht finden wir da rein, etwas zu essen. Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Gemüse nehmen wir mit. Das Essen nehmen wir auch mit. Was lassen wir denn dafür hier? Dafür lassen wir diese Materialien hier. Nehmen dann natürlich das Essen mit. Denn das haben wir im Moment dringend nötig. Was ist das denn hier? Zucker. Ohne Zucker gäbe es keinen Schnaps. Ein essentieller Bestandteil für den Gärungsprozess. Aha. Ist natürlich nicht übel. Nicht übel. Dann lassen wir erstmal das Schießpulver hier. Und nehmen nämlich auch noch das Wasser mit. Jetzt habt ihr gedacht, die nehmen den Zucker mit, ne? Ne, ne. Erstmal das Wasser. Klaut ja niemand den Zucker. Will er hoffen, dass das liegen bleibt. Bevor wir jetzt abbauen, können wir uns hier in dem Haus ja nochmal umschauen. Was es hier noch so gibt. Ist hier oben noch eine Etage. Nicht, dass das doch noch ein Mensch ist. Boah. Wäre das heftig. Was haben wir denn hier? Eine notiert. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. Zwei Tage später haben sie unsere Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen. Aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinter dem Haus vergraben. Am nächsten Teil, nein, der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn sie das lesen, suchen sie nicht nach mir. Hinter dem Haus vergraben. Natürlich die Frage, wie kommen wir da hin? Vermutlich brauchen wir dafür dann sowieso eine Schaufel. Erstmal durchgucken. Durch die Tür. Nicht, dass das doch noch ein Mensch ist. Ne, ist eine Ratte. Da läuft sie. Nup, ist niemand drin. Sie ist abgeschlossen. Ja, dann weiß ich nicht. Hm. Na, wenn sie abgeschlossen ist, dann gehen wir halt. Ansonsten brauchen wir den Rest ja nicht zur Durchsuchung. Ja, ist schon bedrückend. Geh doch hier unten rum. Jetzt können wir froh sein, dass wir im Frieden leben. Dass wir den Luxus haben, den, ja, was kann man das Luxus nennen? Krieg zu spielen. Kriegsspiele zu spielen. Ja. Ob wir hier die Waffe finden? Yes, Baby. Was lassen wir denn dafür da? Ich lasse mal die Zeile dort. Nehme dann die kaputte Waffe mit. Und hier sind noch beschädigte Zeile. Die nehme ich auch mal mit. Lasse dafür den selbstgezogenen Zabak da, mit dem ich im Moment eh nichts anfangen kann. Und eventuell können wir die Waffe dann ja zusammenbauen. Waffenzeile, wir haben ja auch noch Waffenzeile zu Hause. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Gut, Pavel. Hast du wieder sehr gut gemacht. Pavel ist zurück. Perfetto. Ich weiß, dass das jetzt eine kurze Episode war. Aber da der immer speichert nach den Tagen, würde ich sagen, spielen wir noch einen Tag. Dann gibt es halt ein bisschen längere Episode. Tag Nummer 3. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Jawohl, Pavel. Das ist wahr. Deswegen darfst du jetzt auch ins Bettchen. So, das ist der Marco. Der Marco darf direkt mal zur Werkbank. Mal gucken, was wir jetzt so schönes basteln können. Wo ist denn der Bruno? Warte, da oben ist der Bruno. Bruno. Genau, Bruno geht jetzt mal hier oben checken, was mit dem Regenwasserbehälter ist. Du darfst auch gleich was essen. Gar kein Thema. Ich vermute, wir müssen erst die Werkbank bauen. Damit wir mit der Schusswaffe was machen können. Wichtig finde ich natürlich auch das Heizgerät. Das wird aber fast unsere kompletten Materialien aufbrauchen. Was ist jetzt wichtiger? Heizgerät? Oder die Metallwerkstatt? Ich würde sagen, weil ich neugierig bin, ob wir irgendwas mit der Waffe anfangen können, bauen wir erst mal die Metallwerkstatt. Können wir die hier hinstellen? Das wäre doch praktisch, oder? Na, dahin. Dann bauen sie dahin. Kein Problem. Gut. Das macht er. Bruno geht hier oben hin. Und Pavel liegt hoffentlich im Bett. Was soll hergestellt werden? Sauberes Wasser. Benötigte Bestandteile. Filter. Okay. Wir brauchen also dringend die Filter, um das herzustellen. Ansonsten bringt uns das Gerät gar nichts. Dann hätte ich das vermutlich auch gar nicht hier oben hinstellen brauchen. Okay. Bruno, dann geh mal. Während er hungrig ist. Na, dann geh erstmal was essen. Komm. Muss mir mal ein lecker Schmacko-Facko hier. Äh, Stückchen Fleisch essen. Und Marco darf auch ein Stückchen Fleisch essen gehen. Oder was auch immer das ist. Damit ihr nicht mehr ganz so hungrig seid. Steht ja natürlich genau für den Kühlschrank. Schade, dass es nicht gekocht ist. Ja, wer hat denn jetzt gegessen? Marco hat gegessen. Dann darf Bruno jetzt essen. Ich bin natürlich immer noch hungrig, klar. Aber Marco geht nochmal bitte zur Werkbank. Nicht sehr sättigend, aber es ist Essen. Ja, es tut mir leid. Kannst du denn noch irgendwas machen? So. Was soll hergestellt werden? Eine Brechstange. Natürlich praktisch. Die bräuchte man eventuell auch. Dietrich bräuchte man natürlich auch. Du hast 0, wenn ich das richtig sehe. Schwer zu entziffern. Schaufel braucht man natürlich auch. Das sind alles Teile, die wir brauchen. Messer bräuchten wir natürlich auch. Dafür müssen wir aber 3 Waffenteile verwenden. Natürlich jetzt die Frage, wie viele Waffenteile brauchen wir? Oder was genau brauchen wir, um die Pistole freizuschalten? Das wäre schon eine mächtige Waffe, wenn man so eben mitten eines Bürgerkriegs ist und in einer eingeschlossenen Stadt. Das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Tja, gute Frage. Ich würde sagen, wir bauen erstmal das Brecheisen zusammen, auch wenn das viele Materialien benötigt. Hoffentlich verbraucht die sich nicht. Selbstgemachtes Werkzeug, das zum Aufbrechen einiger Türen eingesetzt werden kann, bevor es kaputt geht. Okay, einige Türen, bevor es kaputt geht. Verrichtet die Arbeit langsam und laut. Sollen wir doch lieber ein Dietrich bauen? Es ist für den einmaligen Gebrauch. Knacktschlösser, jedoch schnell und leise. Bauen wir nochmal 3 Stück von. Und Bruno, was wollte ich mit dem nochmal machen? Der sollte... Bruno? Bruno? Na ja, gehen wir zur Werkbank, dann kannst du... Es ist jemand an der Tür. Machen Sie auf, ich habe etwas mitgebracht. Zum Tauschen. Vorsichtig, Leute, vorsichtig. Schauen Sie sich an, was ich mitgebracht habe. Okay, was hat er? Bandagen hat er. Wichtig, wichtig. Sind Sie wirklich interessiert? Dafür müssen Sie mir allerdings eine Menge anbieten. Natürlich. Äh, halt, stopp. Ist das Kaffee? Kräutermedizin. Medikamente. Alles Zeug, was wir brauchen. Können wir den hier einfach umlegen? Entschuldigung für den Gedanken, aber guck mal, was er alles dabei hat. Waffenzeile hat er dabei. Brennstoff. Munition. Das sind natürlich jetzt schon Luxusgüter. Kaffee ist sicherlich eine gute Tauschware. Obwohl, das kostet so gut wie gar nicht, sagt er. Aber na ja. Was haben wir hier? Zigarettenpapier. Dreh-Tabak. Nehmen wir mal drei davon. Eine Bandage. Eine Medizin. Und dafür will er eine Menge haben. Was ist denn bei ihm eine Menge? Kaputte Pistole. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Sehr gewöhnliches Zeug. Ich glaube, wir haben nichts von wirklichem Wert. Die Dietriche? Ne. Okay, lassen wir das sein mit dem Zigarettenpapier. Aber seht ihr schon, wie kompliziert das ist? Wie schwierig das ist, was wir hier tauschen sollen? Also, was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist nicht so wichtig? Können wir das Schießpulver abgeben? Weil, bevor wir irgendwann mal eine Bombe bauen können oder selbst Patronen herstellen können, dauert es, glaube ich, noch. Das ist ihm nicht genug. Vielleicht noch ein Elektroteil dazu? Das reicht nicht. Versuchen sie es nochmal. Boah, was will der denn alles haben? Sag mal. Das ist mir ein bisschen viel. Wo eine Bandage sicherlich nicht verkehrt wäre. Genauso wenig wie Medizin. Guck mal, was er alles dafür haben will. Für eine Bandage. No. Get out of here. Mach die Tür zu. Gibt's da gar nicht. So, Bruno, du darfst dich nochmal hinlegen, weil du heute Nacht wach hast. Wir machen mit Marco weiter. Irgendwas wollte ich doch mit Bruno noch machen. Marco, geh nochmal an die Werkbank. Der hatte tolle Sachen dabei, aber ich meine, was soll ich machen? Wir können jetzt noch einen Stuhl bauen und einen Wasserfilter. Aber Wasser haben wir im Moment genug, obwohl ich nicht weiß, wie die hier das Wasser verbrauchen. Ich glaube, das verbrauchen die automatisch, oder? Essen müssen wir. Am Kühlschrank trinken tun sie automatisch. Meine ich zumindest. Und Brennstoff brauchen wir im Moment nicht herstellen. Tricky, tricky, tricky. Ansonsten irgendwas zum Durchsuchen. Hier könnten wir einen... Ja komm, gehen wir mal hier oben hin. Mit Marco. Wir haben ja drei Dietricher, die wollte ich eigentlich für heute Nacht aufbewahren, damit wir nochmal in das verlassene Haus gehen können. Aber einen können wir ruhig aufwenden. Vielleicht ist ja auch was Gutes drin in dem Schrank. Hier unten bräuchten wir auch noch einen Dietrich für die Tür. Oder halt ein Brecheisen, was häufiger oder länger hält es. Ja komm. Mach den Schrank auf. Okay. Kräuter und Bücher. Bücher können sie ja glaube ich nicht nur als Brennmaterial verwenden, sondern auch zum Lesen, oder? Uns fehlt es wirklich an Büchern. Die haben wir jetzt, ja? Weiß nicht, ob wir dafür jetzt noch extra einen Bücherschrank aufstellen müssen. Um die Bücher zu benutzen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hier unten ist nichts mehr, oder? Er ist immer noch hungrig. Ja, okay. Im Erste-Hilfe-Schrank ist nichts drin, sehe ich gerade. Dann geh doch mal hier runter und benutze den Dietrich an dieser Tür. In der Hoffnung, dass hinter dem Schutthaufen irgendetwas Tolles liegt. Kann ich auch rennen lassen. Ja. Ja, nicht, dass... Davon werden sie wahrscheinlich wieder müde und verbrauchen noch mehr Energie. Naja, egal. Jetzt ist er fertig gerannt. So. Und dann macht ich mal... Ja, ich habe Hunger. Wir haben alle Hunger. Das geht jetzt allen nicht gut. Gut. Trinke ich nochmal einen Schluck, während der gute Marco am Buddeln ist. Ich glaube, als nächstes brauchen wir wirklich eine Schaufel. Aber das ist echt das Problem. Ich meine, ihr seht, wie viel wir bauen können. Es ist alles nützlich. Man kann alles verwenden. Nur was hat wirklich höchste Priorität? Was braucht man als allererstes? Das ist die gute Frage. Ich denke, früher oder später werden wir es herausfinden. Komm, Marco. Hau rein. Ist ein Tango. Gleich ist schon 8 Uhr. Hoffentlich macht er das zu Ende. Das werden wir dann sehen. Gut. Bruno steht wache. Pavel geht wieder plündern. Ist leicht krank. Denn alle krank. Krankheit ist das Schlimmste. Also Hunger, da kann man ja noch drüber hinwegsehen. Aber das zieht natürlich... Das eine zieht das andere natürlich nach sich. Ist klar. Und Marco geht's. Marco darf schlafen. Genau. Bruno steht wache. Und Pavel geht plündern. Und wir gehen nochmal in das verlassene Haus. Und werden das dann zu Ende plündern. Aber erst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier sehen wir es auch. 41% erst durchsucht. Also da können wir sicherlich nur einiges finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.